Hallo Leute, ich wollte ein ganz kurzes, schnelles Ich packe meinen Rucksack und nehme mit Video für euch drehen. Ich bin jetzt für einen Monat in München und habe da halt auch wieder meine Tage natürlich. Und ja, ich wollte euch das einfach mal zeigen. Ich habe schon lange so ein Video nicht mehr gedreht. Ich weiß auch nicht, ob die immer noch so gut ankommen, wie sie mal angekommen sind. Aber gerade passt irgendwie die Gelegenheit. Deswegen wollte ich die nutzen, um euch zu zeigen, was ich eben mitnehme. Fangen wir mal bei den Pads an. Das ist ja sozusagen die Hauptsache. Ich gehe die auch wirklich nur ganz schnell durch. Also ich habe hier einmal von Eco Rainbow ein Pad. Dann habe ich hier drei von Celestial Alchemy. Hier eins von Vagina Pillows, Figlees Pads, Noble Red, Vagina Pillows and more. Dann habe ich hier ein paar von Creations by Five. Und das sind auch schon alle. Ich schaue da immer, habe ich glaube ich schon mal erzählt, dass die, wenn ich sie mit Hand waschen würde, die schnell trocknen auf der Heizung oder einfach so. Und das sind dann meistens halt so dünne. Und dass ich ein paar verschiedene Oberstoffe habe, falls ich irgendwie mal was nicht so ganz vertrage oder sowas. Und dass ich ungefähr durch eine Woche ohne Waschen durchkomme. Das sind jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizeit, vierzehn. Und ja, also ich denke, ich würde mit weniger auskommen auf jeden Fall. Aber es ist halt auch irgendwie so ein bisschen luxuriös sozusagen. Dann habe ich Heavy Pads oder Overnight Pads, je nachdem wie man es nennen möchte. Da habe ich mir die rausgesucht, die ich so am liebsten mag, die mir auch am meisten Sicherheit geben. Und die meisten sind so, dass ich sie auch tagsübertragen könnte, ohne dass man jetzt großartig viel sieht. Das ist einmal dieses hier von Emila Pads. Das hier von Angel Pads. Das hier von Noble Red. Dann eins von Eco Dreams. Das hier von Vagina Pillows & More. Und das hier ist kein Heavy, sondern Moderate, aber ein bisschen länger. Und das gehört eigentlich zu dem anderen Stapel dazu. Aber ich dachte mir, nehme ich auch nochmal mit, falls ich doch mal was Längeres möchte. Und das hier sind eins, zwei, drei, vier, fünf. Da bin ich mir nicht sicher, ob es zu wenig sind. Aber ich glaube, ich bleibe dabei, weil ich ja noch meine Periodenunterwäsche habe. Ich habe überlegt, ich nehme drei Paare mit, weil ich die halt gerne... ...als Backup für einen Cup benutze. Und dann brauche ich jetzt nicht unbedingt so ein dickes Pad, aber so ein dünnes ist manchmal ein bisschen unbequem. Das ist einmal hier von Uschi. Diese, ja, mit dem elastischen Band oben. Einmal von Flux, die Boy Short. Und einmal von VUCA, eine in Größe 12. Und ihr merkt irgendwie, dass dieser Stil von Unterhosen so ein bisschen favorisiert ist. Und genau, die drei nehme ich mit. Das ist ziemlich schwer und ziemlich groß. Also, ich war mir unsicher, ob ich Periodenunterwäsche mitnehmen soll. Aber ich dachte mir, ja, ich mache da Praktikum, muss ich dazu sagen. Und wenn ich dann draußen unterwegs bin, habe ich die schon gerne. Und ja, ich habe meine Periode wahrscheinlich übers Wochenende. Aber unter der Woche würde ich die halt gerne benutzen. Und dann habe ich drei Cups. Ich habe das Problem, dass ich gerade meine Lunettes nicht finde. Und die würde ich am liebsten mitnehmen. Aber ich dachte mir, es schadet eigentlich auch nicht, wenn ich mal andere ausprobiere. Oder weiter ausprobiere. Einmal die Merula. Und dann den Organic Cup, mit dem ich eigentlich ja ganz gut zurechtkomme. Außer, dass er halt ein bisschen schwierig aufzukriegen ist. Und der ist so vom Volumen und von der Form her ziemlich wie die Lunette. Und die Evelina Cup. Und ja, mit der komme ich jetzt ziemlich gut zurecht. Da muss ich ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Aufwand bringen. Und bei der Merula klappt es am schlechtesten. Aber ich denke, ich werde damit auf jeden Fall zurechtkommen. Und ja, dann kann ich euch zumindest danach auch mehr davon erzählen. So, das alles kommt in diese türkis-weißgestreifte Red Bag. Ich habe die jetzt oben vergessen. Aber ich glaube, ihr wisst, welche ich meine. Denn ansonsten schaut einfach nochmal meine Precious-Stars-Videos an. Da ist in der Infokarte auch was verlinkt. Und genau, ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann gebt mir bitte auch gern einen Daumen nach oben. Und wenn nicht, dann halt einen Daumen nach unten. Und sagt mir, wieso nicht, damit ich mich in Zukunft verbessern kann. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir vielleicht auf Instagram folgt. Oder in meine Facebook-Gruppe beitretet. Und dann habt ihr wie immer auch hier noch zwei alte Videos von mir, die ihr euch gerne anschauen könnt. Und auf der Seite ist mein Profilbild zum Abonnieren. Beides würde mich natürlich auch sehr freuen. Und hoffentlich sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und tschüss.